La 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 la, wir gehen heute mal ein bisschen in den Spaziduah. Hey, Moment mal, was erschreckst du mich so wie Tabine? Äh, ich weiß selber nicht, was ich hier mache. Oh Mann und oh, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Centex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ich wollte gerade hier ein bisschen im Wald spazieren gehen und auf einmal kommt mir dieser Orangenkopf in die Quere. Oh Mann, oh. Ich bin ein Orangenkopf, Frau. Du bist ein Orangenkopf, Vitamine, ist ein Orangenkopf. Und jetzt alle Freunde, he, he. Oh Mann, aber Vitamine, wenn du doch schon hier bist, hättest du Lust, ein bisschen mit mir zu spielen? Hm, nö, eigentlich nicht, tschüss. Hey, du kleiner Quatschkopf, bleib stehen. Du traust dich nur nicht, mit mir zu spielen, weil du langsamer bist, als ich hab dich. Haha. Äh, okay. Na gut, das werden wir rauskriegen. So. Oh, je, du kriegst dich nie. Moment mal, du bist doch schneller, als ich gedacht hab. Stehen geblieben, Vitamine, ich bin die Polizei. Tata. 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 Hey, bist du verrückt geworden? Raus, ey. Hey, hey. Komm, steig ein, Vitamine, mein Auto. Nein. Übrigens, ich hab dich. Tschüss. So, ich mach jetzt erstmal dein Auto kaputt. Wo ist dein Auto? Hey, du machst mein Auto niemals kaputt. Oh Mann, oh. Oh, doch. Oh, Moment, was ist denn jetzt los? Du bist verrückt geworden, Vitamine. Nein, ich werd dein Auto kaputt machen. Aussteigen oder schieß auf dich. Hey, hey, du triffst mich doch eh nicht. Was? Upsi, das war nur Anfängerglück. Äh, okay, Vitamine. Aber, ähm, ich hab heute leider keine Zeit mehr zum Spielen, fällt mir gerade auf. Warum denn? Äh, ich muss noch ein paar Sachen erledigen, du weißt schon. Okay. Naja, bis später oder bis morgen. Tschüss, die Vitamine. Bis morgen, tschüss. So, Freunde. Ich habe natürlich aber Zeit. Das war gerade gelogen. Wir machen heute nämlich wieder einen weiteren Troll an Vitamine. Yippie, yeah. Ihr habt es euch alle gewünscht, dass wir Vitamine wieder reinlegen. Und heute trollen wir mal Vitamine als Geist. Und dafür hab ich mir hier richtig coole Sachen vorbereitet. Oh, yeah. Und ich würde sagen, Freunde, wir droppen jetzt diese zwei Gegenstände auf den Boden. Und dann verwandeln wir uns in einen Geist. Zack und zack. Wow. Yippie, yeah, Freunde. Schaut uns an. Ich bin jetzt wirklich ein Geist. Oh, habt ihr schon Angst vor mir? Das ist super, super lustig. Und ich habe hier auch richtig coole Sachen vorbereitet. Nämlich werden wir einfach so tun, als würden wir jeden hier in der Stadt einfach mal umlegen als Geist. Oh, yeah. Das wird super, super lustig. Und schreib auch mal gerne jetzt so in die Kommentare, als was sollen wir Vitamine noch trollen. Und wenn du noch mehr Trolls an Vitamine sehen willst, dann lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Aber ich würde sagen, Freunde, wir trinken erst mal eine Unsichtbarkeitstrank. Und wow, jetzt sind wir eigentlich so gut wie unsichtbar. Und oh, da ist schon Vitamine, Freunde. Hallo, Vitamine. Zack. Hallo? Hä? Hi, hi. Ich bin hinter dir. Oh, Mann, das ist so lustig. Vitamine kann mich einfach nicht sehen. Und ich bin ein fliegender Geist. Was ist das denn da? Hey, guck mal, Freunde. Zack, zack, zack. Komm her, Vitamine. Oh, Mann. Wow. Moment mal. Er hat mich getroffen. Rückzug, Freunde. Oh, Gott, oh, Gott. Das war knapp. Hä? Was war das? Oh, Gott, oh, Gott. Ich muss weg. Oh, dir verfolgen mal Vitamine. Und mal schauen, was er jetzt so alles machen wird. Und geht er in sein Haus? Der geht einfach in sein Haus rein. Aber guck mal. Die Tür geht auf und zu. Moment mal. Ich hab doch die Tür aufgemacht. Nein, die bleibt zu. Ich meine, natürlich, die bleibt auf. Zu. Auf, zu. Was ist das, Lina? Linden, dog. Oh, yeah. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, kommt der allererste lustige Troll. Wir werden nämlich so tun, als hätten wir den Bäcker erledigt. Oh, yeah. Das wird super lustig. Dafür habe ich mir hier einen Klon vorbereitet vom Bäcker. So, zack. Oh, yeah. Und jetzt kommt hier überall so Kunstblut hin. Und das sieht doch super, super echt aus. Und mal schauen, wie Vitamine hier drauf reagieren wird. Oh, yeah. Wir klingeln doch mal. Ding, dong. Vitamine. Hallo. Wer ist denn da? Oh, was ist das? Guck mal. Warte. Ich platziere mal Blutspuren. Warum ist da Blut? Ob der den folgen wird. Oh, yeah. Los, Vitamine. Wartet mal. Ich muss gucken gehen. Warum ist da Blut? Aber ein bisschen schneller jetzt. Oh, Tür zu. Was ist das? Oh, oh. Oh, oh. Der Bäcker. Oh, nein. Oh, nein. Was ist denn mit ihm passiert? Oh, nein. Oh, Mann. Und guck mal. Die Tür geht auf und zu. Oh, Mann. Oh, Mann. Richtig gut. Der Troll als Geist klappt wirklich super gut. Vitamine fällt einfach drauf rein. Oh, yeah. Und Moment. Wo ist der jetzt? Der ist da drinnen. Hey, was macht der jetzt? Ich habe so viel Angst. Das ist der Geist. Hundertprozentig. Genau. Das ist der Geist. Und ich werde dich verfolgen, Vitamine. Oh, yeah. Das macht einfach so viel Spaß, als Geist die Vitamine ein bisschen Angst zu machen. Der Geist ist hier. Oh, oh. Nee. Keiner kann dir helfen. Warte mal, Freunde. Zack. Haha. Ich bin gegrüßt. Oh, meine, meine Freunde. Aki. Sehr, sehr gut. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Troll. Nämlich tun wir jetzt so, als hätten wir Luki erledigt. Den kleinen, süßen Luki. Oh, Mann. Und dafür habe ich hier einen Luki-Clone. Oh, oh. Das sieht auch richtig, richtig cool aus. Und oh, oh. Mal schauen, was er jetzt hier zu sagen wird zum kleinen Luki. Aber dafür müssen wir ihn erstmal ein bisschen anlocken. Aber wo ist er denn, Freunde? Wir können einfach als Geist durch die ganze Stadt fliegen. Das ist einfach super, super cool. Und Vitamine, wo bist du? Oh, ich habe Angst. Wo ist der? Sie müssen mir helfen, Isabella. Oh, Isabella. Ach so, warte mal. Hallo. Der Geist ist wieder hier. Der Geist ist da. Ich muss weg. Jibbi, yeah. Los, los, los. Wir folgen ihm. Oh, warte, warte. Er sollte es jetzt eigentlich sehen. Luki. Was ist mit dir passiert? Oh, nein, Luki. Oh, Mann, oh, Mann. Luki, wie soll ich dir helfen? Oh, Mann. Das ist doch gar nicht der echte Luki, Freunde. Aber Vitamine fällt wirklich drauf rein. Oh, yeah. Nein, Luki. Oh, hey. Hey, tschak, tschak, tschak. Du hast keine Chance mehr. Haha. Und jetzt ist er wieder abgeraumt. Warte. Wir kommen voll im Garagentor. Wir schleichen uns einfach so an. Oh, je. Das machen wir. Und guck, guck. Hallo. Der Geist ist hier. Das Licht geht an und aus. An und aus. Oh, yeah. Oh, nein, oh, nein. Was passiert hier? Ja, was passiert hier? Oh, der Fernseher geht doch mysteriöse Weise auch an. Ich geh ins Bett. Ich will nichts hören und nichts sehen. Oh, Mann. Wo ist denn Vitamine? Oh, der ist jetzt hier. Oh, je. Warte mal. Hallo, Vitamine. Oh, je. Das ist der Geist. Oh, Mann. Nein, nein, nein. Ich muss abhauen. Sehr, sehr gut. Und jetzt haut er wieder ab. Aki, das ist unsere Chance für den allerletzten Troll. Nämlich haben richtig viel unten in die Kommentare geschrieben, dass ich mal so tun soll, als hätte der Geist mich erledigt. Deswegen, zack, kommt hier ein Klon von mir hin. Hallo. Richtig gut. Und jetzt kommt hier überall so Kunstblut hin. Oh, je. Und ich denke, Vitamine wird richtig Angst haben. Ich meine, ich bin ja sein bester Freund. Und jetzt bin ich mal super gespannt, was er sagen wird. Und wo ist sie jetzt schon wieder hingelaufen, die kleine Orange? Oh, Herr Becker. Was haben Sie bloß mit Ihnen getan? Oh, oh. Der Herr Becker. Warte mal. Tür auf. Oh, nein. Warum ist die Tür wieder auf? Oh, Gott. Oh, Gott. Ich muss hier raus. Oh, je. Oh, die Tür geht wieder zu. Oh, Mann. Warte mal. Senti. Oh, oh. Senti, was ist mit dir passiert? Senti hier. Oh, Senti. Oh, Gott. Oh, Gott. Senti, wie soll ich dir helfen? Da liege ich jetzt. Oh, Mann. Oh, der arme Vitamine. Der macht sich ja richtige Gedanken. Aber ich muss sagen, mir macht das super viel Spaß, einfach als Geist durch die Stadt zu fliegen. Oh, yeah. Ding dong. Der Geist ist da. Moment mal. Hallo? Hallo. Der Geist ist da. Oh, Mann, oh, Mann. Und die Tür geht wieder von alleine auf. Wer könnte das sein? Warte mal. Moment mal. Wer bist du? Ha, ich bin der Geist. Oh, yeah. Und stell dir weg, Freunde. Yippie, yeah. Das ist so cool. Hä, wer bist du? Hä, du denkst echt, ich kann dich nicht sehen? Wer bist du? Hä, wie? Moment mal. Wie, Vitamine, kann ich sehen? Und Moment mal. Nein, Freunde. Ich bin nicht mehr unsichtbar. Schnell hier wegfliegen. Das kann nicht sein. Oh, nein. Ich sehe dich. Wer bist du? Oh, oh, Freunde. Wie sollen wir Vitamine das nur erklären? Egal. Ich würde sagen, wir fliegen einfach ganz weit weg. Oh, warte, warte. Aber ich muss sagen, es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Vitamine einfach für einen Tag lang als Geist zu trollen oder Vitamine. Moment mal. Und da würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Schaut unbedingt bei meinen besten Freunden Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. 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 Tschüssi.